Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Content Delivery Provider und Content Delivery Networks. Das sind in unserem Schaubild aus dem letzten Video richtig große Spieler und manche von euch sagen euch da wahrscheinlich auch schon was davon. Zum Beispiel Akamai. Akamai überträgt zum Beispiel die Bilder von Facebook. Warum ist es jetzt was Besonderes? Das ist doch einfach hier unten irgendwo angesiedelt. Nein, ist es nicht. Das ist ein sogenannter Content Delivery Provider. Und die sind direkt hier oben an dem ersten angesiedelt. Und zwar nicht als komplettes System. Also klar es ist auch ein Server. Und zwar ein riesiger. Aber hier quasi direkt an unserem Schicht 1 oder an dem obersten Netzwerk dran. Das heißt wenn ich eine Anfrage mache bei Facebook. Hey bitte schick mir doch ein Bild von XY. Und ich möchte dieses Bild sehen. Dann geht der ganze Kram nicht einmal quer durch das Netz. Durch in die USA rein. Nein. Da ist einfach direkt. Also physikalisch wirklich ein Server. Der direkt an der Leitung von dem Schicht 1 Teil hängt. Und mir sofort das Bild zur Verfügung stellt. Und natürlich habe ich dadurch viel viel geringere Latenzen. Deswegen ist auch Facebook so groß und so schnell mit seinen ganzen Vorhaben. Ja. Also quasi ein Web-Server der direkt bei Tier 1 angeschlossen ist. Ein bisschen anders ist ein sogenanntes Content Delivery Network. Das sind einfach irgendwelche Netze die virtuell sozusagen aufgebaut wurden. Also es sind eigentlich nicht wirklich so angeschlossen. Aber zum Beispiel hat YouTube seine Server nicht nur in Amerika rumstehen. Sondern haben auch tatsächlich physische Server in Deutschland stehen. Und die haben sich zusammengeschlossen zu einem sogenannten Content Delivery Network. Das heißt der Content ist viel viel näher bei uns dran. Weil er einfach überall an jedem Auto. Also nicht an jedem. Aber an sehr sehr vielen tausenden Standpunkten weltweit verteilt. Einfach direkt angeschlossen ist. Das heißt er ist viel näher bei uns. Klar kostet natürlich haufenweise so viele Server zu unterhalten. Aber das ganze Ding nennt sich Content Delivery Network. Und die müssen sich natürlich auch abstimmen. Das heißt der YouTube Server hier muss sich irgendwann mal synchronisieren mit dem YouTube Server der hier drüben tatsächlich von YouTube auch gehalten wird. Das heißt die haben einfach verteilt. Haufenweise Server rumstehen. Damit wir niedrigere Latenzen haben. Und was auch ganz wichtig ist. Damit natürlich auch die Last ein bisschen ausbalanciert wird. Wenn alle Kunden direkt auf den einen YouTube Server in Amerika zum Beispiel zugreifen würden. der hier unten rumsteht. Dann würde der sowas von zusammenbrechen. Weil wir einfach viel zu viel Last verursachen würden. Das wäre dann eine DDoS Attacke. Die hat sich gewaschen. Obwohl wir es nicht mehr beabsichtigen. Wir würden einfach nur ganz normale Videos gucken. Aber YouTube Server würden das auf keinen Fall durchhalten. Weil ja es wäre ja nur ein Server. Und so wenn wir die Server überall verteilt haben. Das heißt wir haben viele viele Server. Die einfach irgendwo in der Welt rumstehen. Dann verteilt sich die Last. Und die können mit unseren ganzen Anfragen umgehen. Nennt sich dann wie gesagt Content Delivery Network. Weil wir sozusagen ein Netz hier draus bilden. So was passiert denn jetzt hier genau. Wir haben hier draußen wieder mal einen sogenannten. Hier sozusagen wieder so einen externen Router. Also einen sogenannten Access Router. Am Rand von dem Content Delivery Network. Und innen drin haben wir dann mehrere Core Router. So heißen die Dinger. Das heißt hier drin ist quasi auch nochmal ein Netz aus Netzen. Oder nicht aus Netzen. Aber es ist auch nochmal sozusagen ein separates Netz. Eigentlich könnte ich dieses Content Delivery Network wieder als separate Wolke malen. Es hat aber tatsächlich keine Nummer von diesen autonomen Systemen. Sondern ist sein eigenes Ding. Ja. Eine weitere coole Sache ist Peering. Peering nur ganz kurz angerissen. Ich weiß ich mache jetzt viele kleinere Sachen jetzt in dem Video. Aber das sind einfach so Begriffe die ihr vielleicht mal gehört haben wollt. Und wir sagen jetzt einfach mal wir haben hier noch einen zweiten von der Schicht Nummer 2. Das ist nicht Schicht 3. Das ist Schicht 2. Und wir haben hier noch jemanden von Schicht 2. Die werde ich aber gleich wieder losreißen. Und die liegen physikalisch halt vielleicht ein bisschen näher. Man muss nicht einmal über das Atlantikkabel. Sondern man muss eben nur von Deutschland nach Frankreich oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Dann müssen wir nicht komplett in das oberste System. Nein. Die beiden kooperieren einfach miteinander und sagen. Hey. Ich habe hier einige Kunden. Und du hast da einige Kunden. Wenn wir uns zusammenschließen und uns einfach gegenseitig den Traffic direkt schicken. Dann ist das für uns beide einfach günstiger. Denn die müssen ja von hier oben auch den ganzen Kram kaufen. Also das heißt die Schicht 2 Leute hier müssen dafür bezahlen. Dass hier Traffic durchgeht. Aber wenn die sich einfach wirklich physikalisch ein Kabel oder ein Netz sozusagen. Also ein Schicht 2 Netz hier dazwischen legen. Das heißt eine Verbindung direkt aufbauen zueinander. Dann müssen die für diese Verbindung nichts zahlen. Außer dass sie sie eben einrichten. Und sie haben sich diese Kosten hier oben gespart. Das heißt statt dass es hier eben einmal so geht. Also einmal nach ganz oben und dann wieder nach hier unten. Sagen die einfach hey wir kooperieren miteinander. Wir zahlen für diese Verbindung nichts. Und unsere Kunden sind glücklich. Weil es so schön schnell ist. Ja. Das Ding hat auch einen Namen. Nennt sich Peering. Und ist meistens irgendwie einfach eine Kooperation zwischen zwei Schicht 2 Providern. So und Peering da gibt es eine ganz besonders coole Art davon. Die nennt sich Internet Exchange Point. Und den gucken wir uns im nächsten Video an. Ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.